Bist du noch auf der Suche nach einer Sicherheitskamera, aber Weitwinkel ist dir nicht weit genug? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nochmal zum Thema Sicherheitskameras, denn Reolink bringt heute eine neue Kamera auf den Markt und zwar die Reolink Duo. Bei der Reolink Duo handelt es sich um eine Kamera mit zwei Objektiven. Die Objektive sind im, ich würde sagen 45 Grad Winkel angeordnet und bieten dadurch einen wesentlich größeren Blickwinkel als normale Kameras. Jede dieser beiden Kameras ist mit einem 4 Megapixel Objektiv ausgestattet und liefert eine 2K Doppel HD Auflösung für extra hohe Details. Reolink bewirbt das Ganze auch mit extrem geringem Rauschen, was auch schon mal sehr angenehm klingt. Wir schauen uns das Ganze natürlich wie immer im Detail nochmal an. Dadurch, dass die beiden Objektive jetzt in einem Winkel zueinander angeordnet sind, erzielt die Reolink hier eine 150 Grad Abdeckung ohne einen Fischaugeneffekt. Natürlich haben die Kameras auch beide die Reolink bekannte Personen- und Fahrzeugerkennung on Board und es gibt die Reolink Duo in vier Varianten. Das heißt, ihr müsst euch nicht nur entscheiden zwischen Indoor oder Outdoor, sondern es gibt vier Varianten und zwar einmal die kabelgebundene mit Power over Ethernet, also Strom über das Netzwerkkabel. Dann haben wir eine kabelgebundene Variante mit Wi-Fi. Dann haben wir noch zwei akkubetriebene Varianten und zwar einmal eine 4G Variante und eine eben wieder mit WLAN. Was man an der Stelle noch erwähnen muss, ist, wenn ihr euch für ein Modell entscheidet, bedenkt, nur die kabelgebundenen Varianten liefern euch einen RTSP- bzw. RTMP-Stream. Die anderen sind nur mit der Reolink App nutzbar. Reolink war so nett und hat mir den Trailer für die Kamera zur Verfügung gestellt und ich würde sagen, diesen schauen wir uns jetzt als erstes einmal an. Reolink-Stream. Ja, ich finde, das sieht schon mal ziemlich spannend aus. Daher konnte ich natürlich auch nicht Nein sagen, als ich von Reolink gefragt wurde, ob ich Lust habe, diese Kamera zu testen. Daher steht sie jetzt hier im Karton auch schon neben mir. Diese Kamera wurde mir für das Video von Reolink gesponsert. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Nach Öffnen des Kartons werden wir sofort von der Bedienungsanleitung und den beiliegenden Dokumenten begrüßt. Darunter verbergen sich direkt hier die zwei WLAN-Antennen. Ja, das sind die beiden WLAN-Antennen und ich muss sagen, ich finde die optisch auf jeden Fall schon mal sehr ansprechend. Schauen wir mal, wie gut sie nachher in der Praxis dann auch arbeiten. Dann haben wir hier dieses Netzteil mit einem ganz normalen EU-Stecker. Für dieses Netzteil gibt es hier auch nochmal ein Verlängerungskabel. Dann finden wir als nächstes im Karton hier diese Wandhalterung. Hier vorne mit einem Kugelgelenk, wo die Kamera darauf befestigt wird. Und hier auf der Rückseite die Montageplatte, diese Edelstahlplatte. Die kann man hier rausnehmen. Über die oberen beiden Löcher schrauben wir das Ganze dann an die Wand. Haken dann die Kamera hier ein. Die dritte Schraube kommt dann von hier vorne durch. Und damit ist die Kamera eigentlich schon montiert. Finde ich ein sehr gutes Konzept. Macht auch einen sehr massiven Eindruck. Ein Schraubendreher wird auch direkt mitgeliefert. Wobei ich den, glaube ich, nicht benutzen werde. Und hier haben wir die Kamera. Erstmal sehen wir hier vorne auf der Vorderseite die beiden Objektive. Auf der Ober- und auf der Unterseite haben wir auf beiden Seiten die Schraubvorrichtung. Das heißt, die Kamera können wir sowohl über Kopf als auch aufrecht montieren. Wir haben sowohl rechts als auch links den Anschluss für die beiden WLAN-Antennen. Und auf der Rückseite kommen hier diese beiden Stecker aus der Kamera. Und zwar einmal für Strom und einmal für Netzwerk. Das heißt, auch die WLAN-Variante ist in der Lage, über ein normales LAN-Kabel betrieben zu werden. Und ich gehe mal davon aus, zur WLAN-Konfiguration ist auch wie bei der 511 WA dieses Netzwerkkabel wieder notwendig. Auf der Unterseite finden wir hier vorne noch den Slot für die Micro-SD-Karten. Und hier vorne um die beiden Objektive, da sitzen auch nochmal die üblichen ultrahellen LEDs. Hier vorne in der Mitte ist noch ein kleines Loch fürs Mikrofon. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ich nehme mir die Kamera, gehe runter ins Büro und dann schauen wir uns einmal gemeinsam an, was die Kiste so alles kann. So, im Büro angekommen, fangen wir jetzt direkt damit an, unsere Kamera ins WLAN zu verbinden. Und was wir dafür als erstes machen ist, wir müssen die Kamera anschließen. Und zwar, um das WLAN einzurichten, benötigen wir einmal kurz das Netzwerkkabel und das Stromkabel. Da mir das mitgelieferte Kabel zu kurz war, habe ich jetzt hier ein anderes genommen. Und auf den mitgelieferten wasserdichten Verbinder verzichte ich an dieser Stelle auch, da ich die Kamera eben mit WLAN betreiben möchte. Wechseln wir also jetzt in die Reolink-App, um unsere Kamera zu verbinden. Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr einmal die Smartphone-App verwenden. Diese gibt es sowohl für Apple als auch für Android im entsprechenden Store herunterzuladen. Ich befinde mich jetzt hier an meinem PC und habe die PC-Software von Reolink installiert. Da alle drei Varianten sich ziemlich identisch verhalten, denke ich, sollte es reichen, wenn ich diese eine Möglichkeit hier vorstelle. Und wie ihr hier seht, hier taucht automatisch schon die Kamera auf. Und zwar ohne, dass wir irgendetwas gemacht haben. Das Einzige, was wir getan haben, ist, wir haben unsere Kamera mit Strom versorgt und sie per Netzwerkkabel mit unserem Netzwerk verbunden. Die Reolink-Anwendung erkennt also das Gerät automatisch, meldet hier aber jetzt nicht initialisiert. Klicken wir also einmal hier drauf, sollen jetzt ein Passwort vergeben. Jetzt möchte er noch einen Namen haben. Ich sage jetzt hier einfach mal Reolink-Duo. Im Hintergrund seht ihr schon das erste Bild von der Reolink-Kamera. Klicken wir also hier mal auf Beenden. Und wir haben das erste Live-Bild von unserer Kamera. Ich mache vielleicht mal hier die LED-Panels aus. Das ist vielleicht für die Kamera etwas angenehmer. Hier sehen wir jetzt also das Live-Bild von der Reolink-Duo-Kamera. Genauer gesagt würde ich aber sagen, das ist nur das Bild von der linken Kamera. Wenn ich jetzt hier weitergehe, jawohl, genau, das hier ist jetzt die Aufnahme von der rechten Kamera. Und wenn ich noch einen weitergehe, sind wir wieder auf meiner ursprünglichen 511 WA. Also die Reolink-Duo liefert uns jetzt erst einmal zwei unabhängige Kamerabilder. Wechseln wir jetzt also einmal in die Einstellungen. Auf den ersten Blick erkennt man schon, das sieht alles ziemlich identisch aus wie bei der 511 WA. Der einzige direkt erkennbare Unterschied ist hier oben die Objektivauswahl. Hier können wir sagen, stellen wir gerade Kamera 1 oder Kamera 2 ein. Heißt, wir können einmal die linke und einmal die rechte Seite unabhängig voneinander konfigurieren. Das heißt, wir haben hier wirklich zwei Kameras in einem Gehäuse. Ich würde sagen, auf die Standardfunktionen hier gehe ich in diesem Video nicht mehr weiter drauf ein. Für alle, die das interessiert, schaut mal oben in die Infobox. Da verlinke ich das Video von der Reolink 511 WA. Da stelle ich die Software und die Kamera Grundeinstellungen auch Schritt für Schritt noch einmal vor. In diesem Video möchte ich mich eher auf die Besonderheiten von der Reolink Duo konzentrieren. Fangen wir also einmal an, diese in unserem Netzwerk aufzunehmen. Ich gehe dafür hier auf Netzwerkeinstellungen und jetzt sehen wir hier den Punkt Neues WLAN verbinden. Den wählen wir einmal aus. Ich wähle das WLAN aus und gebe jetzt mein Passwort ein und dann klicke ich auf Verbinden. Wir bekommen die erfolgreiche Verbindung bestätigt, können also nun diesen Dialog schließen und sehen jetzt hier auch, dass das Netzwerk verbunden wurde. Mehr müssen wir an der Stelle jetzt eigentlich auch gar nicht mehr machen. Nun, wir haben eine WLAN-Verbindung. Das heißt, wir können jetzt rausgehen und die Kamera montieren. So, wie ihr seht, die Kamera ist jetzt in der Einfahrt montiert. Schauen wir uns jetzt noch einmal kurz an, was wir hier alles für Möglichkeiten haben. Als erstes haben wir neben der Reolink-Anwendung auch noch die Möglichkeit, über den Browser auf die Kamera zuzugreifen. Um das mal eben kurz zu zeigen, habe ich jetzt hier schon mal den Browser geöffnet und hier oben die IP-Adresse von unserer IP-Kamera eingetragen. Hier melden wir uns jetzt einmal an und zwar ist der Standard-Benutzer-Admin und das Passwort ist das, welches wir bei der Einrichtung vergeben haben. Und auch hier über den Browser haben wir alle Möglichkeiten, die uns auch die Anwendung bietet. Wir können hier zum Beispiel zwischen den beiden Kameras hin und her schalten. Die Möglichkeit haben wir ebenfalls hier unten am unteren Bildschirmrand. Und wir können hier zum Beispiel auch die Kameras umbenennen. Fangen wir mal mit der ersten an und sagen mal Einfahrt links und die Kamera 2 ist Einfahrt rechts. Hier oben über dem Bild haben wir jetzt noch die Möglichkeit, zum Beispiel das Kamerabild zu zentrieren. Wir können hier in den Flash Player wechseln. Wir können hier einen Schnappschuss erstellen und wir können das Flutlicht ein- und ausschalten. Also die LEDs, die sich um die Linse herum befinden. Diese sind im Übrigen auch extrem hell. Da es gerade noch hell ist, kann ich euch das jetzt gerade nicht zeigen. Ich blende hier aber mal einen kleinen Beispiel-Clip ein. Hier seht ihr jetzt mal eine Nachtaufnahme nur mit Infrarot-LEDs. Wenn ich jetzt das Handy mal senkrecht halte und oben über den Button in der App mal die Lampen einschalte, dann sieht man einmal, wechselt die Kamera in den Farbmodus und die Einfahrt ist durchaus gut ausgeleuchtet. Schauen wir uns nun also noch die weiteren Einstellmöglichkeiten an. Hier unten mit den beiden Tasten Play und Stop haben wir die Möglichkeit einmal über Stop das Kamerabild abzuschalten. Und mit Play können wir es wieder starten und werden hier dann auch gefragt, in welcher Auflösung, ob in der Clear View, Balanced oder Fluent. Clear liefert uns also die höchste Auflösung und wenn ihr mal eine schlechte Verbindung habt, dann könnt ihr auch Fluent wählen. Ihr seht, dann ist das Bild schon relativ verpixelt. Dafür sollte es aber auch bei schlechter Netzwerkverbindung ein flüssiges Kamerabild liefern. Bei einer stabilen Netzwerkverbindung sollte Clear aber gar kein Problem sein. Werfen wir mal noch einen kurzen Blick in die Einstellungen. Ich gehe jetzt hier nicht alle Einstellungen durch. Wen das interessiert, was hier alles sich hinter diesen einzelnen Punkten verbirgt, schaut mal oben in die Infobox. Da verlinke ich euch mal das Video der Reolink 511 WA. Da habe ich das komplette Menü Schritt für Schritt vorgestellt. Was ich mir jetzt mit euch noch einmal anschauen möchte, sind die Sicherheitseinstellungen. Wenn wir hier mal sehen, Privacy Mask. Da sage ich jetzt einmal Setup. Wir bekommen jetzt hier das Live-Bild eingeblendet und haben jetzt hier die Möglichkeit, solche Kästchen über das Bild zu ziehen. Und das markiert jetzt einfach die Bereiche, die privatisiert sein sollen, weil es sich eben um einen öffentlichen Bereich handelt. In dem Fall eben die Straße. So, jetzt haben wir nur noch meine Einfahrt im Erfassungsbereich. Ich sage einmal Speichern. Schließe das Ganze und wir wechseln nochmal in die Vorschau. Und jetzt seht ihr, wird der von uns markierte Bereich einfach geschwärzt. Das heißt, er landet in keiner einzigen Aufnahme, er landet in keinem einzigen Snapshot oder Live-Bild. Dieser gesamte Bereich wird von der Kamera einfach nicht beachtet. Wechseln wir jetzt mal auf die zweite Kamera. Wir gehen nochmal in die Einstellungen für die Kamera 2 und legen auch hier eben unsere Privacy Mask fest. Auch das speichern wir und haben jetzt auch hier den öffentlichen Bereich ausgeblendet. Die Kameras unterstützen aber ja auch Bewegungserkennung. Und zwar, genauer gesagt, können sie sogar zwischen Personen und Fahrzeugen unterscheiden. Schauen wir uns das auch nochmal eben an. Wir gehen in die Einstellungen und dann gibt es hier den Punkt Detection Alarm. Und wenn wir uns den einmal ansehen, dann sehen wir hier, haben wir einmal Motion Detection. Hier können wir erstmal einen Zeitraum angeben. Wir können hier sogar mehrere Zeiträume angeben. Das heißt, wir können einmal sagen, von 0 bis 6 Uhr soll die Sensitivität entsprechend hoch sein. Und in den anderen Bereichen muss sie nicht so präzise arbeiten. Wir belassen es jetzt in dem Beispiel aber mal bei einem Zeitraum, nur dass ihr es mal gesehen habt. Und dann gibt es eben noch die Smart Detection. Und hier haben wir eben die Möglichkeit zu sagen, wie sensibel soll er auf Personen reagieren und wie sensibel auf Fahrzeuge. Für beide Punkte können wir jetzt hier auch eine Größe angeben. Das grüne Kästchen hier. Dabei handelt es sich um die Maximalgröße. Das heißt, wir können hier sagen, alle Objekte, die größer als ungefähr der halbe Bildschirm sind, die soll er ignorieren. Und das gleiche haben wir hier unscheinbar in orange, auch nochmal auf der linken Seite. Dabei handelt es sich um den kleinstmöglichen Bereich. Das heißt, alles, was kleiner ist als dieser Bereich, wird ebenfalls für die Erkennung von Personen nicht ausgewertet. Ich glaube, so ist das erstmal relativ realistisch. Sagen wir hier mal speichern. Das gleiche könnt ihr für Fahrzeuge natürlich auch machen. Ihr könnt auch bei Fahrzeugen sagen, alles, was kleiner ist als so, interessiert mich nicht. Und alles, was größer ist als, sagen wir mal so, interessiert mich ebenfalls nicht. Speichern und fertig. Zusätzlich dazu, dass er jetzt auch Größen unterstützt, gibt es natürlich immer noch die Detection Zone. Auch diese lässt sich konfigurieren. Hier seht ihr es schon. Hier habe ich schon ein bisschen rumgespielt. Nehmen wir das hier einmal weg. Und hier oben steht es auch schon. Er stellt Zonen, in denen ihr keine Alarmierungen möchtet. Das heißt, wir können jetzt hier einmal malen. Und alle Flächen, die wir jetzt grau anmalen, diese werden bei der Bewegungserkennung nicht berücksichtigt. Das kann zum Beispiel hier oben bei den Büschen ganz sinnvoll sein, wenn das Laub sich bewegt, damit das eben keine Bewegungserkennung auslöst. Wenn ihr euch jetzt mal vermalt habt, habt ihr mit dem Radierer hier die Möglichkeit, die fehlerhaften Punkte wieder zu entfernen. Das speichern wir mal. So, und jetzt wechseln wir mal auf die zweite Kamera. Und jetzt sagen wir nochmal Detection Zone. Und hier seht ihr, hier passt die Zone. Hier habe ich nämlich das erste Mal experimentiert. Und zwar hier die Büsche, damit die mir die Bewegungserkennung nicht stören. Schon mal ein bisschen angemalt. Diese werden also bei der Bewegungserkennung jetzt nicht mehr berücksichtigt. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Einfahrt links ansehen, dann sehen wir hier, hier gibt es diese Knubbel für die Büsche nicht. Das ist, wie man es erwarten würde und wie man es natürlich auch braucht, für jede der beiden Kameras einzeln konfigurierbar. Wenn wir uns jetzt aber nochmal die Objektgröße anschauen, hier haben wir zum Beispiel das Fahrzeug für die linke Kamera definiert. Gehen wir jetzt mal auf die Einfahrt rechts, gehen hier wieder auf Fahrzeug und machen hier dieses Rechteck mal was kleiner, sagen Speichern. Dann wechseln wir wieder zurück und sehen, jetzt hat sich hier für die Kamera 1 dieses Rechteck ebenfalls geändert. Das heißt, die Objektgrößen, diese gelten scheinbar aktuell für beide Kameras gleichzeitig. Finde ich persönlich nicht ganz schön, aber ist sicherlich zu verschmerzen. Wichtiger ist in meinen Augen wirklich die Detection Zone und diese arbeitet kameraabhängig, also für jede Kamera eine eigene Einstellung. Natürlich gibt es auch wieder diverse Möglichkeiten, die Kameraüberwachung zu speichern oder zu verbreiten. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit, unser Kamerabild zu speichern und zwar auf der SD-Karte. Das Ganze könnt ihr an einem Terminplan machen. Das heißt, wir können hier für jede Stunde und jeden Wochentag einzeln angeben, ob die Kamera in dieser Zeit die Aufnahmen speichern soll oder eben nicht. Wenn man hier auf Disable klickt, können wir jetzt hier einzelne Punkte oder auch einen ganzen Block einfach abschalten. Dann haben wir die Möglichkeit, uns per E-Mail über erkannte Bewegungen alarmieren zu lassen. Wir können hier einmal angeben, ob über jede Bewegung nur bei Personen oder nur bei Fahrzeugen. Und auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, das einzeln einzustellen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Videodaten direkt auf einen FTP-Server hochzuladen. Auch hier ist das Ganze wieder in Abhängigkeit von der entsprechend erkannten Bewegung konfigurierbar. Es ist anhand von einem Zeitplan konfigurierbar. Und in allen Fällen haben wir hier auch noch die Möglichkeit, als Alternative zum Alarm einfach einen Timer festzulegen. Dann gibt es hier auch noch die Sirene. Denn auch diese Kamera hat eine relativ laute Alarmsirene integriert. Und diese können wir hier ebenfalls aktivieren und können sagen, bei einer beliebigen Bewegung oder nur wenn er eine Person erkennt oder nur wenn er ein Fahrzeug erkennt, soll er diese Sirene automatisch sofort einschalten. Als letzten Punkt haben wir hier in der Überwachungseinstellung auch noch die Push-Notification. Heißt, hier können wir angeben, ob wir in unserer Anwendung auf dem Smartphone per Push-Nachricht benachrichtigt werden möchten über erkannte Bewegungen. Und auch hier können wir wieder angeben, ob bei Personen, ob bei Fahrzeugen oder bei jeder Bewegung und in welchem Zeitraum. Im Bereich Storage, den hatte ich ja im letzten Video über die Reolink nicht drin, weil ich keine SD-Karte eingebaut hatte. In dieser Kamera habe ich jetzt mal eine reingepackt und im Bereich Storage seht ihr jetzt hier einfach eure SD-Karte, ob sie formatiert ist, ob sie richtig eingebunden ist und habt hier noch die Möglichkeit, sie zu formatieren. So, ich glaube, viel mehr muss ich zu den Einstellungen nicht sagen. Wie gesagt, wen die anderen Einstellungen interessieren, schaut mal oben in die Infobox und seht euch einfach mal mein letztes Reolink-Video an. Da zeige ich alle Einstellungen Schritt für Schritt. Ich würde sagen, binden wir jetzt diese beiden Kameras noch schnell in Home Assistant ein. Gehen wir dazu also mal in mein Home Assistant und das erste, was wir jetzt brauchen, ist die Reolink-Integration. Diese erhalten wir über Hex, aber wir müssen zuerst das Repository hinzufügen. Dieses Repository gibt es auf GitHub und zwar nennt es sich hier Reolink-Dev von F. Westenberg. Diese URL kopieren wir uns, wechseln hier wieder ins Home Assistant, in Hex, in den Punkt Integrationen und wählen hier oben jetzt einmal benutzerdefinierte Repositoris. Da fügen wir jetzt unsere URL ein, wählen bei Kategorie Integrationen und sagen Hinzufügen. Er bestätigt uns das Hinzufügen, indem er hier oben jetzt Reolink-IP-Kamera einblendet. Also können wir diesen Dialog schließen und jetzt sagen wir einfach hier unten durch Suchen und Hinzufügen und Suchen nach Reolink. Da ist sie schon, wir klicken sie an und sagen jetzt hier unten, installiere dieses Repository in Hex. Nochmal installieren. So und nachdem wir jetzt die Integration installiert haben, ich räume mir mal eben kurz auf, dann sieht man das etwas besser. Sehen wir jetzt hier unsere neu installierte Integration und hier ausstehender Neustart. Heißt, bevor wir die Integration verwenden können, müssen wir Home Assistant einmal neu starten. Also Einstellungen, Serversteuerung, Konfiguration prüfen. Konfiguration ist okay, also neu starten. So, Home Assistant ist neu gestartet. Jetzt können wir unsere Kamera einbinden. Gehen wir dazu auf Einstellungen, Integrationen, sagen jetzt hier unten Integration hinzufügen und suchen hier jetzt nach der installierten Integration Reolink. Da ist sie auch schon, Reolink-IP-Kamera. Diese wähle ich aus und jetzt fragt er uns nach dem Host. Heißt, hier tragen wir jetzt unsere IP-Adresse der Kamera ein und dann noch Benutzername und Passwort. Also wieder Admin und unser Passwort, was wir bei der Einrichtung vergeben haben. Wir sagen Absenden. Und jetzt können wir hier Kanal 1 oder 2 auswählen. Fangen wir mit Kanal 1 an und sagen Absenden. Dann noch einen Bereich auswählen und fertig. Das gleiche müssen wir jetzt nochmal für die zweite Kamera machen, also nochmal Integration auswählen, IP, Benutzer und Passwort angeben, Absenden, Kanal 2 auswählen, Absenden, Bereich auswählen und fertig. So, und somit haben wir jetzt hier Einfahrt links und Einfahrt rechts im Home Assistant integriert. Wechseln wir also jetzt in die Übersicht auf meinen Testreiter und legen hier jetzt mal eine neue Karte an. Damit die Bilder jetzt nebeneinander liegen, benötigen wir als erstes einen horizontalen Stapel. In den können wir jetzt die beiden Kameras einfügen und dazu sagen wir jetzt hier als Karte mal Bildglance. Der Bildpfad kann raus und wir fangen an mit Kamera links. Die wählen wir jetzt hier aus und dann können wir jetzt hier unten mal nach Einfahrt suchen. Und dann finden wir jetzt hier einmal wieder unsere Kamera und wir haben hier Einfahrt links Last Event, Einfahrt links Infrarot und Einfahrt links Rekord Audio. Das sind drei Sensoren bzw. Schalter, die uns die Integration direkt zur Kamera mitliefert. Klicken wir auf Speichern und sehen jetzt hier, wann ist das letzte Ereignis von der Kamera registriert worden. Und über diese beiden Schalter können wir die Audioaufnahme und die Infrarotlichter ein- und ausschalten. Gehen wir nochmal auf Bearbeiten, fügen jetzt hier in unserem horizontalen Stapel noch eine zweite Karte hinzu. Und zwar wieder ein Bildglance, machen jetzt hier das gleiche nochmal für die zweite Kamera. Das ist Einfahrt rechts. Die wählen wir hier auch als Kameraentität aus und suchen jetzt hier nochmal nach Einfahrt rechts Infrarot, Einfahrt rechts Rekord Audio und Einfahrt rechts Last Event. Und ich hätte es fast vergessen, links habe ich es vergessen. Wir haben natürlich auch noch für Einfahrt links und rechts die Bewegungserkennung. Die packen wir hier auch noch mit rein, sagen hier Speichern, gehen nochmal schnell auf Bearbeiten und ändern das auch hier für die Kamera 1. Denn auch hier haben wir natürlich die Bewegungserkennung. Die möchten wir natürlich auch noch sehen. Und damit ist die Einbindung fertig. Damit die Kamerabilder hier nicht so klein dargestellt werden, haben wir hier jetzt auch noch die Möglichkeit in den Panel-Modus zu wechseln. Wir sagen nochmal Speichern und haben beide Kameras nebeneinander im Vollbild auf unserem Home Assistant. Ich beende den Bearbeiten-Modus und wir sind fertig. Ja, soviel erstmal zur neuen Reolink-Duo. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls es noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!